Wir haben Ideen natürlich zur Integration von Flüchtlingen, wir haben sehr viele Ideen auch zum Thema Bildung, also wo es darum geht, Menschen zu ermöglichen, sich fortzubilden und weiterzubilden, ein ganz zentrales Motiv und was wir auch immer wieder finden, ist das Thema einer nachhaltigen Gesellschaft, also das heißt öffentlicher Verkehr, Mobilität in Städten, also das sind so Themen, die die Menschen offensichtlich sehr intensiv bewegen und zunehmend finde ich auch das Thema altern der Gesellschaft, Demografie, Pflege, Unterstützung von Menschen im Alter.